noch ein geheimer Raum was bist du noch nö hat reich nur gewollt I don't like you I don't like you I just like that okay, hier ist kein weiteres davon geht es hier jetzt irgendwie noch okay, alles klar da ist wieder das was hier sowieso ist ja, ihr könnt schon mal vorgeben, um ehrlich zu sein ich gucke mich hier noch ein klein wenig um beziehungsweise ich komme jetzt auch direkt ja äh, dem Pasta traue ich mich sich safe zwischendurch mal eine Neuaufnahme und dann gucken, wie man hier weiter leck mich hopp, aufgeht ich schicke euch gerne voraus, ich habe damit kein Problem dass ihr irgendwie sterbt zwischendurch mal komm schon haaa ha 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 weiter, nein, sitzt wir nicht so, das wärst du noch mit dem was ist das? ach, das ist nicht die Miene aha okay das ist nicht diese Miene fuck fuck scheiße, ich bin so stupid ja komm, gib mir die Miene ich komme mit denen nicht ganz klar muss ich mir so ganz ehrlich gestehen aha ist ehrlich? geht mal sterben oh ne, ach komm schon ernsthaft? wow wow das habe ich hier jetzt verbockt oh scheiße ja, 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 ist ja gut komm rein da mit euch deine Nerven-Dinger ach scheiße ne, da fällt mir ja gar nicht, dass hier noch abgeht ne, weg ja, du bitte lass da irgendwie was drin sein da, danke das war nicht unbedingt, dass es sich auch aber auch nicht, das ist, das ist ja okay, ist schon weg jetzt helfen wir gehen da, 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 da rein da so viel Munition hat er nicht ja, hoch hoch mit euch Wunderschön Ach, herrlich Leben Und natürlich da drüben auch Rüstung Habe ich schon gerade gesehen Zum Glück Wenn ich die aufgesammelt habe Dann kann ich auch wieder speichern Beides von Gespeichert ist So, wo muss ich jetzt? Wo ist das jetzt hier runter, oder was? Wieso gefällt mir das nicht? Das gefällt mir ganz und gar nicht Hehehe Ich habe mich festgekackt Habe ich doch nicht Ich habe damit nichts zu tun Ach, träum doch weiter Mit nichts Sauer Nichts zu tun Was kommt denn jetzt? Was ist denn Teufel? Dammit Heilige Scheiße Irgendwas wo ich drauf töttern kann Huiuiuiuiuiui Urte Das Ja Dräum weiter Der nächste Zombiefahrt beginnt Leck mich in der Station Mach Speichern und weg hier Ich habe keine Ahnung wo ich hier bin Lade Daten Auf jeden Fall, meine Sandfreunde sind wohl nicht mehr zu gebrauchen, die sind weg Ähm Ja, zum Glück haben wir volle, vor das Leben fast voller Energie Ähm Ich befürchte, dass wir Verpflichtung, ich befürchte, dass wir jetzt hier ein paar Probleme kriegen könnten Ja Ganz eindeutig Ziemlich Hey, hey, äh, wie hieß hier noch was? Warte hier auf mich Warte, dass du es hier geschafft hast Da ist irgendwo dort Im Installierungsbereich Wird nicht einfach sein, ihn da rauszuholen Lass uns gehen Hauptsache, du lebst noch Nicht wahr? Okay Ich bin hier voll im Blindflug Ab und zu wird ein Votegond gefangen Und liefert uns so Informationen Aber wir kennen uns dort nicht gut aus Das, was wir wissen, ist alles schlecht Achtung Hat die irgendwie ne Lebensanzeige oder sowas Oder wo sich Du folgst mir jetzt, oder was? Na, das freut mich ja Da Da werde ich immer einen Spaß mit da Hier drüben War das hier drüben? Jetzt zu meinem Vater Ja, bitte Das mit deinem Vater Oh mein Gott Die armen Leute Da Okay, ich glaube Ich kann ihn reinhauen Da ist dein Vater dran Ja, dann hack dich mal da rein Speichern Witz Ja, du Ich hab Ich will auch so ein Magic-Gerät haben So ein Magic Ich kann alles Warum kommt aus diesen verdammten scheiß Kisten nichts raus? Ja, wo bist du? Die ist schon weg Ach, die ist schon weg Oh, wunderbar Ja, das ist einfach Komm schon Die sind jetzt wahrscheinlich Gegner hinter jeder Ecke, ne? Er sollte da drin sein Ich muss das nur auf Da fällst du Da ist er Ja, gut Mal sehen, ob ich das aufbekommen kann Alex Gordon Bist das wirklich du? Wie habt ihr mich gefunden? Dad, alles okay? Mir geht's gut, aber ihr Ihr müsst hier verschwinden Wir holen dich hier raus, Dad Ich bin unwichtig Rettet euch selbst Wir verlassen dich nicht Ich könnte das Combine-Portal umprogrammieren, sodass es uns rausholt Bloß, wo könnt ihr hin? Ich sprach mit Dr. Kleiner Sein Portal war fast wieder bereit Wenn er es repariert hat, kommen wir dorthin Wenn nicht... Schlimmer kann es wohl kaum kommen Das ist zu riskant, Alex Hör auf mich Geh, solange du noch kannst Wir gehen hier nicht ohne dich weg Ende Wir müssen auch Judith retten Keine Sorge, Dad Wir finden sie Jetzt stücke ich dich erstmal zur Teleporter-Kammer Das ist kein Leibwohl, Dad Wir treffen uns dort Das weiß ich auch Ich treffe euch dort, ja? Okay Ja, okay Du wirkst niedergeschlagen Und nur du kannst die Tür öffnen Ja, genau Dafür brauche ich Schaltstation zurück und versuche über dein Funkgerät mitzuhören Warte, bis du mich hörst Da war ein Funkgerät dahinter Ich hab's nicht mehr gesehen Warte mal, was? Ha, jetzt ist sie! Haha, sie hat mich alleine gelassen Geil Das hat sie mich ernsthaft alleine gelassen Okay Hier komme ich nicht weiter Ha, es klappt Mal sehen, ob ich dir den Weg freiräumen kann Zieh dich auch nach Dr. Mosman um Ich bringe dazu weit wie möglich durch das Gefängnis Dann komme ich nach Moment Mal sehen, ob ich das Ton nicht in die Aufbekommen Okay, geschafft Dürfte ich das, was hier liegt, bitte auch haben So, ich befürchte aber, wir werden hier ein bisschen Besuch bekommen Und zwar vor allen Dingen von der Zombie-Meute Das scheint nämlich jetzt wieder so ein Zombie-Part-Ding zu sein Mhm Was ich hier eigentlich gerade, wo ich hier gerade richtig Richtig Spaß drüber habe Habe ich mich ehrlich gesagt gerade gar keinem Bock drauf Verdammt, es klemmt Moment, ich hab ne Idee Geh zurück ins Büro Und da wartet er zumindest auf mich Doch nicht Den Plänen nach sollte hinter den Regalen ein Luftschacht sein Aha So, das hätten wir Ähm Wow Butter, Butter Hallöchen Heu, 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 heu Serious Das war klar Einmal ja, zweimal nein Vorsicht, Gordon, da sind ziemlich viele Kombin-Sensoren in dem Gebiet vor uns Aha Ja, genau Danke. Geez Das war's Das war's Br Und Und wier